Bio-Abfall bekommt ein bisschen weniger Aufmerksamkeit als Windräder und Photovoltaik für die Erzeugung erneuerbarer Energien ein bisschen zu Unrecht, denn aus meinen und aus ihren Bio-Abfällen wird Bioenergie und Kompost. Neben mir steht Dr. Ulf Kämpfer. Herr Kämpfer ist Präsident des Verbandes kommunaler Unternehmen und damit auch der Präsident der kommunalen Abfallwirtschaftsbetriebe in Deutschland und natürlich der Bürgermeister, der Oberbürgermeister dieser wunderschönen Stadt, die uns hier heute mit Sonne beschenkt. Herr Dr. Kämpfer, warum ist eigentlich die Verwertung von Bio-Abfällen so wichtig? Ja, wir haben ja ein großes Potenzial. Also wenn es um Abfall geht, dann sind wir in Deutschland immer noch ziemlich an der Weltspitze, aber eigentlich im negativen Sinne. Wir haben immer noch wahnsinnig viele Abfälle, Verpackungsmüll, auch Lebensmittelverschwendung muss man sagen, Lebensmittel, die gekauft werden, dann nicht verbraucht werden. Aber das wollen wir reduzieren. Aber selbst wenn wir es reduzieren, es wird immer ein gewisser Anteil auch an biogenen Stoffen im Müll sein. Und das ist natürlich eine unglaubliche Ressource, die wollen wir besser nutzen. Und in Deutschland sind es jetzt glaube ich im Moment 5 Millionen Tonnen, die jährlich gesammelt werden. 5 Millionen Tonnen, wenn man daraus Strom macht, könnte man Großstädte wie Frankfurt und Stuttgart damit elektrifizieren. Und 2 Millionen Tonnen gehen in den Biokompost. Das ist für die Landwirtschaft wichtig, gerade für Biobetriebe ist es wichtig, weil die keinen klassischen Kunstdünger nehmen dürfen und nehmen wollen. Und Kunstdünger wiederum ist extrem klimaschädlich, weil dadurch sehr viel CO2 verbraucht wird. Das heißt, wir wollen Kreislaufwirtschaft machen, wir wollen Ressourcen schonen, aber wir wollen auch Klimaschutz betreiben. Und deswegen eine hohe Verwertungsquote von Bio, Wiederverwertung, Energiegewinnung ist für alle wichtig. Das sage ich als Gieler Oberbürgermeister, wir sind Zero Race City. Das sage ich als VKO-Präsident. Das sage ich aber auch noch mit meiner alten Leidenschaft als Staatssekretär hier im Umwelt- und Landwirtschaftsministerium. Auch dort zahlt es auf viele Ziele ein. Und diese Aktion soll ja genau das helfen, dass wir da mehr und reinere Biomüllsortimente kriegen. Ja, vielen Dank. Zum Glück haben wir in Sachen Kompost einen Experten hier. Matz Röttger ist Landwirt und hat einen Biohof in der Nähe von Lübeck. Und deshalb frage ich Sie einfach mal, wäre für Sie eigentlich nicht der Einsatz von Kunstdünger leichter, besser? Nein, künstlicher Dünger ist sehr energieaufwendig in der Produktion und er kann nicht immer unser Bodenleben ausreichend mit ernähren. Und deshalb setzen wir auf Biokompost aus Bioabfall. Der Biokompost, der erhöht die Speicherfähigkeit für Wasser, für Nährstoffe. Und das gibt unserem Boden richtig Power. Und dadurch ist unser Boden auch weniger anfällig für Klimaextreme. Und das ist im Klimawandel mittlerweile sehr, sehr wichtig, dass wir auch nachfolgende Generationen noch ausreichend mit Nahrungsmitteln ernähren können. Ja, der Verein Wir für Bio führt ab kommender Woche bundesweit eine Kontrolle der Biotonnen durch. Was ist eigentlich das große Problem von Störstoffen wie Plastik und Glas in der Biotonne für Sie als Landwirt? Ja, wir Landwirte, wir benötigen störstofffreien Biokompost, weil die industriellen Anlagen, die können nicht alle Störstoffe aus dem Biokompost entfernen. Und gerade Plastik ist ein großes Problem. Er wird zu Mikroplastik und reichert sich bei uns auf den Feldern über Generationen an. Und deshalb ist es wichtig, dass wir trennen. In die Biotonne darf kein Plastik. Unsere Bürgerinnen und Bürger trennen eigentlich schon ganz gut, aber leider noch nicht alle. Herr Dr. Kämpfer hat es erwähnt, wir haben noch im Restmüll erheblichen Anteil als Ressource zur Verfügung. Wir sehen hier fünf Plastikballen. Die Menge dieses Plastiks in der Größenordnung von 200.000 Ballen befinden sich im Bioabfall-Input in unsere industriellen Vergärungsanlagen und Kompostierungsanlagen und müssen dort technisch versucht werden, wieder rauszuholen. Deshalb wollen wir vermeiden, dass sie überhaupt erst reinkommen und starten mit unseren Mitgliedern von BIO eine bundesweite Kontrollaktion. Fehlbefüllte Biotonnen bleiben ab Montag in vielen Regionen stehen. Herr Kämpfer, Sie unterstützen diese Aktion auch als Schirmherr und als VKU-Präsident. Macht man sich nicht eigentlich bei den Bürgerinnen und Bürgern mit so einer Kontrollaktion unbeliebt? Vielleicht ja bei einigen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, sehr aufzuklären, zu informieren. Und ich glaube, bei den meisten ist ja nicht böser Wille dabei, sondern vielleicht manchmal eine gewisse Bequemlichkeit, manchmal auch eine Unkenntnis. Wir gelten ja auch als Mülltrennungs-Champions weltweit. Aber wir haben halt in beide Richtungen ein Problem. Es lauten noch viel zu viele Biostoffe. Im normalen Restmüll in der grauen Tonne, da verschwenden wir eine Ressource. Aber noch fataler ist es eigentlich, wenn dann eben Plastik und nicht Bio eben in der Biotonne landet, weil da reichen ja schon ganz wenige Prozent aus, dass ich das gar nicht mehr verwerten kann. Und gerade wenn ich, sage ich mal, beim Biobauen kaufen möchte, die Vorstellung, da ist ganz viel Plastik auf den Feldern, das ist jetzt nicht das, glaube ich, was jetzt für die Vermarktung sinnvoll ist. Und da reichen ja schon wenige Prozent aus, dass das Ganze verdorben ist. Und da müssen wir eben aufklären, aber dann eben auch mal sagen, so geht es eben nicht und damit das Bewusstsein schaffen, damit wir da besser vorankommen. Denn am Ende ist das nicht nur ein Interesse von unserem Landwirt, sondern von unserer ganzen Gesellschaft, dass wir da pfleglicher und effektiver mit dem Biomüll umgehen. Genau. Und deshalb ab Montag 14 Tage lang bundesweit Kontrolle aller Biotonnen in Deutschland. Wir für BIO, wir sind ein Trio, nur du und ich und diese Welt. Wir für BIO, wir sind ein Trio, nur du und ich und unsere Welt. Wir für BIO, wir sind ein Trio, nur du und ich und unsere Welt. Was ist denn hier los? Ich sage ich ziellos, ich räume auf und bin kleiner Hell. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.